Liebes Publikum, vielen Dank für dieses fantastische Wochenende, dafür wie Sie mitgemacht haben bei den verschiedenen Formaten von Keys to Heaven. Generationen haben sich gemischt, Team mit Publikum, Alt, Jung, alle möglichen Menschen haben das gemeinsam erlebt. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Halten Sie sich schon frei, das vierte Wochenende im Mai 2025, wieder im Schloss Esterhazy bei Keys to Heaven.